Achtung Achtung, hier spricht die Krautzone, Deutschlands führendes Meinungsmagazin für reaktionäre und libertäre Umtriebe. Bei uns herrscht striktes Anschnallverbot, also machen sie sich gefasst auf politisch unkorrekte Unterhaltung, radikale Zeitgeist Zersetzung und gelebte Nostalgie. Jetzt Rundfunkbeitrag verweigern und Krautzone abonnieren. Es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung. Hallo und herzlich willkommen zum Krautzone Podcast. Heute endlich zum großen Jahresrückblick. Begrüße ich sämtliche Kollegen der Redaktion, angefangen bei unserem Frauenbeauftragten Maximilian Kneller. Hallo, danke. Dann dem Klassikexperten Philipp Rosipal. Guten Abend. Hallo. Ja, und den beiden Chefs. Hallo, Chefs. Moin. Wir haben uns hier für den großen Jahresrückblick versammelt und deswegen hast du, Flo, sogar für jeden Monat besondere Ereignisse notiert. Genau. Wir haben überlegt, bevor wir jetzt ganz unvorbereitet da rein starten, in unseren ersten tollen Jahresrückblick wollen wir uns auch zumindest thematisch ein bisschen auf ein paar Sachen festlegen, die uns bewegt haben oder weniger bewegt haben, weil interessanterweise waren auch viele Sachen dabei, die man einfach schon wieder verdrängt hat, weil das Thema Ukraine, Russland zum Beispiel sehr dominant war. Aber ich würde sagen, kurze Vorrede nur, der Januar 2022 stand immer noch voll im Zeichen von Corona. Und da würde mich erstmal von euch interessieren, habt ihr erwartet, wie das jetzt mit Corona weiterläuft, dass das sich so langsam ausschleift? Oder was war da eure Wahrnehmung, was waren eure Prognosen für das Jahr 2022? Okay, also ich fand, also ich hätte ganz ehrlich im März 2020 schon gedacht, dass das Getue relativ kurz wird. Ja, da habe ich die Rechnung ohne die Untertanengläubigkeit der Deutschen und die die Selbstbewahrheitung, die zirkuläre Selbstbewahrheitung der Bundesregierung mit ihrem Publikum unterschätzt. Dazu musste jetzt erst irgendwie so ein Typ im olivrönen T-Shirt kommen, damit da die Leute in Ruhe gelassen werden. Also ich hätte nicht gedacht, ganz ehrlich, dass dieses Winter es so ruhig bleibt, wie es ist. Aber ich denke mal, dass einfach die Regierung auch gerafft hat, dass mit dieser Energiepolitik Welle, die auf viele da zurollt und dieser Pleitewelle, die da mit einhergeht und diesem Wohlstandsverlust, dass sie jetzt nicht noch den Leuten wegen einem Schnupfen mit irgendwelchen FFP2-Masken und 2G auf die Nerven gehen können und damit auch noch die Wirtschaft, ja, noch den weiteren Sargnagel verpassen quasi. Deswegen ist es dieses Jahr relativ mild geblieben. Also das ist so meine Meinung. Aber natürlich hat man trotzdem keine Normalität in dem Sinne, weil man hat ja jetzt ein neues Thema gefunden, womit man den Leuten Handlungsweisen vorgibt und irgendwie so einen kleinen säkulären Katechismus vorschreibt. Und damit ist es quasi so, wie man es vor einem Jahr hatte, nur dass die Bezugspunkte sich geändert haben. Ich sehe es genauso wie Maximilian Kneller. Die Situation ist eigentlich genau die gleiche, bloß, dass heute nicht die Maske angebetet wird, sondern das hört sich so Boomer-mäßig an. Ihr wisst was, ich denke, die Zuhörer wissen auch, was ich meine. Und Kneller hat es ja eigentlich schon wunderbar formuliert. Dass das mit Corona irgendwann zu Ende geht, war ja absehbar. Die Leute hatten auch keinen Bock mehr da drauf. Wie die Reaktionen sein werden auf die ganzen Entwicklungen, werden wir sehen. Aber über die Vorkommnisse dieses Jahr sprechen wir ja gleich noch. Der Peak war ja im Grunde genommen der November und Dezember 2021. Ab Januar hat sich die Lage ja schon so ein bisschen entspannt. Ich glaube, Seehofer ist ja dann auch so von dieser Hardliner-Tour, hat sich ja Anfang Januar schon so davon verabschiedet. Und dann gab es ja noch diese Abstimmung im Bundestag über die Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Aber es war da ja auch schon klar, dass das nichts gibt. Also man erinnert sich da vielleicht noch an den Auftritt von Emilia Fester, die da ja ihr Debüt, glaube ich, sogar gegeben hat mit einer ganz wundervollen Rede. Ja, das war eigentlich Corona im Januar 2022. Also so vor einem Jahr, also in dem oder beziehungsweise im vorletzten Dezember hätte ich halt nicht geglaubt, dass sich das dann so schnell wieder verlaufen würde. Aber irgendwie ist das, glaube ich, immer so, wenn man halt mittendrin steckt und auch den ganzen Tag irgendwie berieselt wird, auch von Medien und allem drumherum mit einer bestimmten Thematik, dann ist es halt so präsent, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, wie schnell das dann auch im Endeffekt abflachen kann. Und es ist dann wirklich im Frühjahr letzten Jahres relativ zügig hat sich das alles verlagert. Spätestens mit dem Krieg hatte man eh ein neues Thema und dann war Corona irgendwie komplett weg. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wie groß ist denn überhaupt jetzt die Rolle von dem Russland-Ukraine-Konflikt bei der Themenverschiebung von Corona oder wäre das auch von alleine ausgeschlichen worden? In irgendeinem Podcast habe ich sehr, sehr früh schon gesagt, dass Corona bald vorbei ist und da haben mich noch viele kritisiert dafür. Ich weiß leider nicht mehr, wann. Es war ungefähr vielleicht im November schon, weil als die Omikron-Variante aufkam, war ich der Meinung, dass sich das so dämlich anhört, dass das niemand mehr ernst nehmen kann. Ob das jetzt wirklich in die Entwicklung mit reingespielt hat, keine Ahnung, aber ja, die Leute wurden schon irgendwie müde. Und irgendwie wurde auch klar, dass mit dieser Dauerimpferei, also die meisten Leute, sagen wir mal, die Mitte innerhalb dieses Corona-Spektrums, also zwischen den Hardliner-Leugnern und den absoluten Mitläufern, die Mitte entscheidet ja immer, wie die Politik handelt. Die Mitte hat ja gesagt oder gedacht am Anfang, dass wenn man sich zweimal impfen lässt, dann war es das. Und viele sind ja dann auch in diese Vorleistungshaltung gegangen. Okay, ich mache das mit, damit es danach vorbei ist. Und als es dann halt nochmal kam, ist der Vertruss einfach enorm gestiegen. Und von daher eine gute Sache eigentlich, dass das jetzt Thema erstmal rum ist. Natürlich sind irgendwie noch viele Wunden noch nicht verheilt. Ich meine, der Riss, der in der Gesellschaft stattgefunden hat, der war schon enorm. Aber um dann zum nächsten Monat fortzuschreiten, im Februar gab es da eine neue Entwicklung. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Wir haben dann auch zeitnah das Heft 26 dazu gemacht im Ukraine-Krieg. Wie war denn eure Wahrnehmung von dieser ganzen Situation? Und habt ihr vielleicht auch vorher schon erwartet, dass es da im Osten brodeln könnte? Also ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass Putin da einmarschiert. Das hat mich auch überrascht. Ich glaube, das hat jeden überrascht. Der Punkt ist, glaube ich, aber weniger, dass Putin da einmarschiert, sondern wie das letztlich verlaufen ist. Und ich sage mal, am Anfang hat, glaube ich, kaum einer damit gerechnet, egal wie man das jetzt im Einzelnen bewertet, aber kaum einer hat damit gerechnet, dass es die Ukraine quasi schafft, eine gewisse Linie zu halten und die Russen sogar ein Stück weit zurückzudrängen. Und ich glaube, dass Putin sich da schon teilweise ein bisschen verschätzt hat. Ich glaube aber auch, dass vieles, was wir hier so hören und sehen, ja natürlich auch immer so eingefärbt ist, wie das normal ist. Und was mich an der ganzen Sache am meisten stört, ich meine, es ist ein komplizierter Konflikt und man kann dazu sicher verschiedener Auffassung sein und jeder hat da seine Interessen. Und der Einmarsch an sich, den muss man aus meiner Sicht schon kritisch sehen. Da bin ich jetzt niemand, der sagt irgendwie, oh ja, er hat da irgendwelche Biowaffenlabore ausgehoben. Ich denke, von euch auch die wenigsten, wenn ich es jetzt richtig überblicke. Aber was man halt schon sagen muss, ist, dass es wieder klar war, dass Deutschland wieder der Musterknabe ist, der irgendwie immer noch fünf Panzer mehr fordert. Vor allem so Leute, die auch vorher schon für die Impfpflicht waren, wie dieses Strack-Zimmermann, die sowieso so die Eiskönigin des NATO-Establishments in Deutschland zu sein scheint. Also ich glaube, wenn es nach der geht, dann, keine Ahnung, marschieren wir morgen in Russland ein. Und das ist so ein total irre Haltung auch wieder bei allen Deutschen. Oder zumindest bei allen Establishment-Deutschen, sagen wir es mal so. Die meisten anderen schwimmen ja einfach mit und konsumieren. Aber es ist irgendwie aus meiner Sicht, also wie sich das Ganze entwickelt, war schon wieder absehbar, dass man wieder so eine Ersatzhandlung hat. So wie bei Corona. Bis heute noch die Leute sagen, ja, jetzt gibt es ja den ERS-Virus, deswegen wäre es besser, wenn wir weiter Maske tragen. Und das tun wir ja auch in Bus und Bahn. So ähnlich ist es halt auch bei dieser ganzen Ukraine-Kacke, dass man jetzt halt irgendwie da sagt, ah, alles ganz toll. Und ich hatte auch diesen Printartikel über Melnik, was auch ein geniales Beispiel ist dafür, weil Melnik irgendwie wirklich Dinge gesagt hat. Das würde man in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, nicht mal einem Satiriker oder Kabarettisten verzeihen. Dem würde man dafür canceln. Und der ist einfach Diplomat und beleidigt wirklich bis hin zum Bundespräsidenten. Ich meine, die AfD, das muss man sich mal vor Augen führen. Die AfD hat mal im Bundestag irgendwie darüber geredet, ob es so schlau ist, dass der Bundespräsident irgendwie jährlich eine Milliarde Euro kostet, dafür, dass er ein paar Hände schüttelt. Also jetzt die Summe ist nicht exakt, aber es ist auf jeden Fall viel zu viel Geld, als dafür, dass er einfach nur der Bundes-Händeschüttler ist, der dumme Texte raushaut und in einem nicht-demokratischen Verfahren gewählt wird. Da wurde schon gesagt, ah, die AfD legt hier die Axt an unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unseren tollen Bundespräsidenten. Man darf darüber gar nicht erst debattieren im Bundestag über den Haushalt des Bundespräsidenten. Das verbittet sich. Und dann irgendwie kommt so ein Melnick, so ein viertklassiger Diplomat daher und sagt dann halt irgendwie, beleidigt den und beleidigt auch den Bundeskanzler, äfft den sächsischen Ministerpräsident in seinem sächsischen Akzent nach. Es gibt irgendwie keinen Würdenträger in Deutschland, den er nicht beleidigt hat. Das zeigt halt so perfekt diese deutsche Haltung. So, oh ja, wenn es von der Ukraine kommt, dann ist alles okay, dann ist alles in Ordnung. Dann kann es gar nicht hart genug sein jetzt im Moment, weil wir einfach die Besten sein müssen mal wieder. Also wieder so dieses Moralweltmeistertum. Und ja, das ist im Grunde das, was da aus meiner Sicht wieder einfach zum Kotzen ist, was sich bei jedem globalen Ereignis immer wieder zeigt bei uns Deutschen. Also ich glaube, Melnick ist schon, ehrlich gesagt, also ich, äh, ja klar hat er das alles gemacht und alles gesagt. Ich glaube, er ist halt schon eigentlich ein richtiger König, weil er, ähm, verstanden hat, weil er genau weiß, wie diejenigen, äh, reagieren in deren Land er, äh, sein Land vertritt, sag ich mal. Er weiß, dass er sich sowas erlauben kann. Ähm, wenn er jetzt, weiß ich nicht, Botschafter in den Vereinigten Staaten wäre oder meinetwegen in Polen oder was auch immer oder in Russland, ja, dann wüsste er, dass er auf solche Weise nicht über offizielle Personen reden dürfte, ja. Also Melnick finde ich nicht so schlimm, weil er hat einfach, er hat einfach verstanden, ähm, wie man mit dem modernen Deutschen zu reden hat oder wie man über den modernen Deutschen zu reden hat, wie man über ihn zu lachen hat, wie man über ihn zu, äh, äh, wie man ihn lächerlich machen kann. Und er zeigt auch Leuten wie uns, dass wir eigentlich mit unseren, ähm, Äußerungen recht haben. Nämlich, dass die modernen, ähm, blutleeren Machthaber unseres Landes ein komplett, naja, Wittfiguren eigentlich sind, die sich von solchen eigentlich lustigen Typen wie Melnick, äh, aufziehen lassen. Ja, endlich mal einer, der die Deutschen verstanden hat. Ähm, ich muss sagen, ich habe mit dem Ausbruch des Konflikts gerechnet, also, ich hätte jetzt nicht gesagt, okay, das passiert am 24. Februar um ein Uhr morgens oder so, aber das hat sich ja über Monate angebahnt, es kursierten ja auch schon Monate vorher im Netz diese Fotos und Videos von diesen Truppenbewegungen und, ähm, dass das irgendwann eskaliert, das war klar, nur die Art und Weise, wie sich das dann abspielt, also, dass die Ukraine eben nicht in drei Tagen überrannt wird, ähm, das hat dann einen doch verwundert und ich weiß noch, Flo, wo wir an Tag zwei oder drei so uns darüber ausgetauscht haben und beide der festen Überzeugung waren, dass das, was wir bisher an Bildmaterial aus dem Konfliktgebiet sehen, völlig von dem abweicht, was wir erwartet hätten zu sehen. Also, wir haben damit gerechnet, wirklich große Truppenbewegungen zu sehen und, und, äh, weiß ich nicht, äh, riesige Panzerverbände, die irgendwie von A nach B fahren und alles, was man gesehen hat, war ein krainisches, verwackeltes Videomaterial und überhaupt nichts, was irgendwie den russischen Vormarsch als solchen einfängt. Und, ja, und das, daraus hat sich ja dann relativ schnell in den Wochen und Monaten, ähm, herauskristallisiert, dass die Ukraine seit Tag eins den Medienkrieg, den Infokrieg eigentlich schon gewonnen hat. Und das war dann auch wieder eine interessante Erkenntnis, dass, wenn man sich jetzt mal von diesem ganzen politischen Tamtam löst und auch der Frage löst, äh, ob jetzt die Russen die Guten sind oder die Ukrainer, wenn man das einfach mal wertneutral betrachtet, ist es schon interessant zu sehen, wie ein konventioneller Krieg im 21. Jahrhundert auf der einen Seite auf dem Boden geführt wird, aber gleichzeitig auch im Internet geführt wird und stattfindet und was man davon ein paar tausend Kilometer weiter oder ein paar hundert Kilometer weiter, äh, westlich davon überhaupt noch mitbekommt. Ja, also ich würde mich einfach mal kneller anschließen. Also ich habe auch nicht, überhaupt nicht mit diesem Krieg gerechnet und ich hätte auch niemals gedacht, dass es halt sich so lange hinzieht. Ich war auch einer, der gesagt hätte dann eher so, okay, die Russen machen das relativ fix. Und was ich halt darüber hinaus eigentlich noch sehr interessant finde, sind eigentlich die ganzen wirtschaftlichen Folgen, weil damit hätte ich jetzt in der Form auch nicht so gerechnet. Ich meine, wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, dass jetzt die US-Zinsen jetzt fast bei 5 Prozent liegen, das hätte ja auch eigentlich kaum jemand, denke ich mal, für möglich gehalten. Oder auch, wie schnell das mittlerweile geht. Ich meine, der Ölpreis ist jetzt eigentlich schon wieder tiefer als vor dem Krieg, die Gaspreise auch. Also wie schnell sich das alles einspielt, wie schnell sich die Wirtschaft irgendwie darauf auch eingestellt hat. Also ich finde es irgendwie schon faszinierend auch so, das ist einfach von außen zu betrachten. Aber gut, für mein Depot war es natürlich tödlich, das Jahr. Aber gut, jetzt ist ja ein neues Jahr, jetzt wird alles besser, hoffentlich. Ja, mir geht es auch so, dass ich da gar nicht mit gerechnet habe. Ich glaube, der Ursprung davon war tatsächlich so eine Art Anti-Mainstream-Medien-Haltung, weil die Mainstream-Medien ja einfach, seit wir denken können, sagen, die Russen greifen an und die Russen machen dies und die Russen machen jenes. Und dann wurde wieder ein russisches U-Boot irgendwo gesichtet und dann so weiter. Und wenn man das halt hundertmal gehört hat, dann sagen die, komm, jetzt war auf zu labern. Und dann stimmt es tatsächlich irgendwann. Also ganz beeindruckend, das so wahrzunehmen. Zu der Schuldfrage, die haben wir jetzt erstmal ziemlich unberührt gelassen. Wahrscheinlich auch, um uns da jetzt nicht auf die eine oder die andere Seite zu stellen. Aber ich glaube, da können wir jetzt eigentlich auch erstmal nur auf unsere Printausgabe verweisen, Heft 26, wo wir wirklich versucht haben, beide Seiten würdig darzustellen. Also halt nicht den Weg der Mainstream-Medien zu gehen und sagen, Putin ist der neue Hitler und aber auch nicht den Weg von den 100% lupenreinen Putinisten, die halt sagen, alles sind die Amis und die NATO schuld, sondern da halt einfach die verschiedenen Aspekte ein bisschen zu beleuchten. Ja, und wo ich mich auch absolut anschließen muss bei Vechter, die Aussage, dass man den Krieg irgendwie nicht richtig sieht oder nicht richtig wahrnimmt, außer halt jetzt die ökonomischen Verwerfungen. Es wirkt alles so teilweise wie so ein Plänkler-Krieg, Stellungskrieg, Krieg, Abwartungskrieg. Die Opferzahlen sind ja auch relativ gering im Vergleich dazu, dass man ja oder in Anbetracht dessen, dass man ja eigentlich eine Großmacht hat, die gerade versucht, ein anderes Land platz zu machen. Sorry Kurzarbeit, das ist ja auch eine weitere Facette. Wir haben ja kaum Zahlen, die irgendwie wirklich belastbar sind. Ja, gut, die Zahlen gibt es halt schon, aber ob sie belastbar sind, ist halt die Frage, das stimmt. Das ist halt zu viel Propaganda auf beiden Seiten. Man erfährt relativ wenig. Auch die ganze Kriegsberichterstattung fand ich auch sehr dünn bis jetzt, weil ich meine, ich erinnere mich an diese ganzen Scholler-Tour-Geschichten mit hier Tod im Reisfeld und Vietnamkrieg, Indochina-Krieg und so weiter. Irgendwie war das alles deutlich detailreicher als jetzt im 21. Jahrhundert unter dem Filter mit den sozialen Medien. Ja, aber ich würde sagen, wir verlassen den Ukraine-Krieg und bewegen uns in den März vor, wo eine Zeitenwende stattgefunden hat, die aber leider wenige auf dem Schirm haben. Annetta Kahane gibt den Vorsitz der Amadeo-Antonio-Stiftung auf. Und das haben wir ausgewählt, weil Kahane ja wirklich so eine der Hasspersonen im alternativen Lager war und ist, weil man sie ja quasi persönlich dafür verantwortlich macht, was die Amadeo-Antonio-Stiftung in vielerlei Hinsicht so für Arbeit macht. Deswegen würde mich da, bevor wir vielleicht ein bisschen auf die AAS eingehen, interessieren, wie ist eure Wahrnehmung bezüglich diesen typischen linken, staatsnahen NGOs? Ist das alles so aufgeplustert und heulen wir alle rum oder würdet ihr schon sagen, dass die einfach massiv den Staat und die Politik mit beeinflussen und in der Hand haben? Also ich fange ja wieder an und ich finde, dass Annetta Kahane völlig überbewertet ist, weil ob sie da sitzt oder irgendwer anders, das Problem ist ja ein strukturelles, nämlich dass der Staat linksextreme bis linksradikale Stiftungen völlig selbstverständlich mit Millionen von Steuergeldern versorgt und dann bei der AfD sagt, die, da will ich jetzt kein großes Fass aufmachen, aber die ja nun wirklich eine handzahme Stiftung sich nahe gestellt hat, da dann sagt, ja oh nein, damit ist die Demokratie in Gefahr. Das, jetzt habe ich dieses libertäre Lollbett-Meme vor Augen, das ist ja wohl mal der größte Doppelstandard aller Zeiten. Und das ist halt so, ja, aber es ist halt wirklich so und ich, aber Kahane, das ist halt so dieses typische, so dieser Facebook-Mob, der braucht halt immer Einzelfiguren, an denen er sich aufgangeln kann und da ist Kahane halt als Ex-Stasi-IM eine perfekte Projektionsfläche, wobei ich sagen muss, dass die Leute, die bei der Stasi waren, wie Dietmar Dehm oder so, die sind mir persönlich ehrlich gesagt noch sympathischer als so diese Neulinken, wie ja, wie Emilia Feste hatten wir jetzt eben zum Beispiel, so die einfach nur *** ist, aber da ist mir so ein Dietmar Dehm noch eine Milliarde mal lieber, der vielleicht für die Stasi gespitzelt hat, keine Ahnung, aber der eben wenigstens irgendwie einen klaren Klassenstandpunkt hat und heute noch die DDR im Himmel lobt. Das ist wenigstens irgendwie ein Weltbild, was ich ernst nehmen kann, während das andere einfach nur degeneriert und hedonistisch und dumm ist. Und ja, deswegen ist mir das, also mir persönlich völlig egal, ob da Kahane sitzt oder irgendeine andere linksradikale Frau. Ja, also bezüglich der personellen Besetzung möchte ich mich dem Herrn Keller anschließen und möchte noch was dazu sagen, unabhängig der personellen Besetzung. Es ist ja ein System und das hat Maximilian ja wunderbar schon angesprochen. Man studiert ja auf der Universität linksradikal zu sein heutzutage. Also wenn man in sozialwissenschaftlichen oder in geisteswissenschaftlichen Lehrstudiengängen ist, dann studiert man linksradikal zu sein. Man studiert auch, man kriegt auch die Dinge in die Hände gelegt. Es gibt ja sogar eigene Studiengänge, politische Arbeit und so weiter. Man kriegt ja sogar die Mittel in die Hände gelegt. So wirst du ein linksradikaler Aktivist. So hältst du die Ordnung aufrecht und so schaffst du es dann natürlich auch, Gelder, Mittel umzuleiten. Das ist eine eigene Institution. Es ist ja keine externe Sache mehr. Es ist die Zivilgesellschaft. Es ist in unserer Gesellschaft eingebettet und deswegen Leute lächeln über Gendersprache, Leute lächeln, da gibt es dann halt diesen Boomer-Humor, diese Memes und so weiter. Aber es ist ja eine ernsthafte Geschichte und dieses gesamte Kartell, sag ich mal, um es jetzt mal so ein bisschen kritischer zu formulieren, das ist ja in unserer Gesellschaftsordnung verankert. Und es hat sich so weit in der Gesellschaftsordnung verankert, dass wenn man versucht, dieses Kartell aufzuheben oder wenn man versucht, das zu kritisieren, dass man eben nicht mehr auf dem Boden dieser Grundordnung steht. Davon wird dann automatisch ausgegangen. Also sie haben es geschafft und sie werden nicht freiwillig gehen, das behaupte ich. Und deswegen, außer Annette Kahane, die ist wahrscheinlich freiwillig gegangen, aber aus Gründen des Alters, ich weiß nicht, warum ist sie gegangen? Ich glaube schon, sie ist relativ alt, schon sie ist 54er Jahrgang. Was Kahane ja verstanden hat, ist mit der AAS-Stiftung einen weiteren oder vielleicht sogar den finalen Baustein zu basteln, der das selbstreferentielle System, worüber Rosipal ja schon gesprochen hat, diesen Kooperatismus, dieses Kartell zu vervollständigen. Die Tagesschau zitiert die AAS, die AAS kann sich wiederum auf die Tagesschau berufen, so funktioniert das ja alles. Das ist ja eine Medienblase. Was man im eigenen Lager daraus mitnehmen könnte, ist vielleicht einfach ähnlich treist, ähnlich selbstreferentiell vorzugehen. Das könnte eine Lehre sein, eine andere Lehre könnte es aber auch sein, das gerade nicht zu machen. Das kann natürlich auch sein, denn wir sehen ja, dass in diesem Kartell, in diesem Kooperatismus das, was da an Nachrichten fluktuiert, das, was da an Botschaften fluktuiert, ja absoluter Schrott ist. Und da sind wir ja auch wieder bei einer gewissen Bundestagsabgeordneten, die Kneller erwähnt hat. Und ja, um nicht selber unter diesem Effekt zu leiden, könnte man ja auch sagen, okay, wir nehmen uns gerade deswegen da kein Beispiel dran und mauern uns nicht genauso ein. Ich kann es letztendlich nicht sagen, aber ja, vielleicht, man muss auf der einen Seite vielleicht ein Stück weit gelassener damit umgehen, aber auf der anderen Seite nicht aus den Augen verlieren. Das sind Leute, die hassen einfach Deutschland. So, das hat sie, da hat sie auch nie einen Hehl draus gemacht. Ja, also ich kann mich da eigentlich jetzt nur anschließen. Also für mich ist das eigentlich auch alles eine Art Konglomerat. Also früher, so die älteren Hörer erinnern sich ja vielleicht noch, früher gab es ja in Deutschland diese Deutschland AG. So, das verschiedene, die ganzen Großunternehmen oder einige Großunternehmen hatten voneinander Anteile. Und das nannte man halt die Deutschland AG. Und ja, momentan haben wir ja sozusagen dann die BRD AG. Die GmbH, wolltest du schon sagen. Was Herr Fechter ganz gut beschrieben hat, so, dass der eine zitiert den anderen, der eine sitzt da irgendwie mit drin und der sitzt dann noch, keine Ahnung, bei der anderen Organisation hat dann auch noch einen Fuß mit drin. So, die zitieren sich alle selbst. Das ist wie so ein, wie so ein kleines Kartell, das aber irgendwie die ganze Medienhoheit in diesem Land hat. Und das wäre vor allem durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk halt auch noch gestützt wird. Der ist ja eigentlich da auch mit drin in diesem ganzen System noch. Das darf man auch nicht vergessen. Ist ja jetzt wunderbar deutlich geworden, auch bei diesem einen Kommentar über diese Migranten-Krawallnacht da, Silvester, wo halt so eine Minute einfach nur vor sich hin stottert, um halt dieses böse Wort Migrant oder Ausländer nicht zu sagen. Und der steht ja auch mit beiden Beinen halt in diesem System. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite tendiere ich eigentlich auch immer zu dieser Systemgeschichte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch die Rolle von Kahane gar nicht zu verachten ist. Allerdings muss man das eben in Relationen sehen. Nur ganz kurz, ich habe im Vorfeld ein paar Infos rausgeschrieben, weil ja auch viele gar nicht wissen, was für eine Größe die AAS hat oder wie das jetzt nach Kahane weitergeht. Also Kahane hat abgetreten an drei neue Vorsitzende. Taherea Amir, ich glaube Iranerin, Timo Rhein-Frank und Lars Repp. Alle relativ unbekannt. Skandale habe ich nicht so gefunden. Das denke ich aber ist jetzt erstmal positiv zu beurteilen, weil drei Chefs könnte erstmal Streit geben, wenn vorher so ein Platzhirsch den Saal verlässt. Die Einnahmen insgesamt 2019 waren 4,6 Millionen, wovon drei Millionen Euro staatliche Zuschüsse waren oder hauptsächlich staatliche Zuschüsse und 1,6 Millionen Spenden. Das ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, wer hat gespendet, aber es ist halt ganz klar, dass die AAS über den Staat finanziert wird. Und was ich so beeindruckend fand, ist, dass von 2019 auf 2020, also sozusagen im vorletzten Jahr von Kahane, hat es einen Riesensprung gemacht. Und die Einnahmen sind von 4,6 Millionen auf 5,8 Millionen hochgegangen. Also hat quasi 1,2 Millionen mehr an Einnahmen generiert, hauptsächlich eben staatliche Zuwendungen. Der Kassenbestand ist von 2,2 Millionen auf 2,8 Millionen gestiegen. Also die sitzen tatsächlich auf dem Geld. Normalerweise ist es ja so, dass das alles laufende Posten sind, die halt durchfließen. Aber ja, Guthaben bei Kreditinstituten und Barbestände, 2,8 Millionen. Beschäftigt werden 80 Menschen. Und das klingt halt jetzt für alle sehr viel. Und da würde ich halt gerne noch auf diesen zweiten Aspekt eingehen. Inwiefern ist das denn jetzt auch viel? Also oder inwiefern ist jetzt die AAS sehr groß. Das Familienministerium hat ja immer dieses merkwürdige Demokratie-Leben-Programm, das hauptsächlich halt linke, linksradikale Projekte unterstützt. Und da sind wir jetzt bei über 115 Millionen Euro angekommen. Also viel, 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 viel mehr, als die Amadeo-Antonio-Stiftung hat. Und dafür, dass die AAS irgendwie immer so im Fokus von den alternativen Medien steht, ist halt dann die Frage, ob man das nicht überbewertet, um dann irgendwie zu Knellers Punkt am Anfang zurückzukommen. Naja, aber es kommt ja drauf an, wie viel mit dem Geld. Es geht ja nicht um Quantität, es geht ja um Qualität. Und die Frau Kahane scheint ja gut mit Geld umgehen zu können. Ja, hat angehäuft. Aber ich glaube eher, dass sie trotzdem einfach viel Geld verpulvern. Es werden halt diese typischen Projekte immer angesetzt, die dann im Nichts verlaufen. Aber selbst wenn die Quantität nicht vergleichbar ist, also 115 Millionen ist halt eine komplett andere Hausnummer als die 5 Millionen. Aber überleg mal, was wir zum Beispiel mit 5 Millionen machen könnten. Ich meine, da wäre Kneller doch schon, denkst du, da wäre Kneller doch schon Kanzler jetzt. So wahrscheinlich schon. Alleine, was wir jetzt schon für eine Macht haben, ja, mit unserem Mini-Budget. Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipäuner Schnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß, vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter. Hieß es nicht immer irgendwie, dass die Antonio Amadeo Stiftung jetzt irgendwie eine Milliarde bekommt irgendwie für ein paar Jahre oder so? Das geistert doch immer diese eine Milliarde durch den Raum. Keine Ahnung, ich kenne jetzt nur die... Ja, das fließt insgesamt, die eine Milliarde fließt meines Wissens nach insgesamt in den Kampf gegen rechts. Davon sahen natürlich die AAS eine ordentliche Menge ab, aber der Geldregen, der kommt halt auch anderen zugute. Wahrscheinlich auch der, ja, Demokratie, Leben, weiß ich nicht, Ausgliederung. Ja, allen müssen ja hunderte oder tausende Projekte, die unterstützt wurden mit diesen Milliardengeldern. Ich glaube, es war da noch mehr als eine Milliarde. Ja, aber die AAS ist halt gar nicht so groß. Und ich glaube, was Hannes eben gesagt hat, das ist echt ein wichtiger Punkt bei aller Ironie, was wir mit so viel Geld machen würden. Ich glaube, das ist nämlich die größte Achillesferse von diesem linken Konglomeraten, dass sie halt unvorstellbar ineffizient mit ihrem Geld umgehen. Und ich denke, was wir jetzt mit unseren Popelbeträgen auf die Beine gestellt haben, das ist ja auch nicht verachtenswert. Genau. Generell aber immer interessant, bei solchen Sachen sich das Finanzvolumen mal anzuschauen. Kann man bei allen möglichen Sachen machen, ob das jetzt irgendwie Klaus Schwab, WEF oder George Soros und die diversen Stiftungen, die Gates-Stiftung oder so, immer das in Relation ein bisschen sehen. Genau. Ja, dann schreiten wir doch zum April voran. Fand ich ganz interessant, weil da würde mich auch rückblickend eure Meinung interessieren. Es wurde gewählt, aber nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Und erneut wurde Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten gewählt. Generell ist die Entwicklung eigentlich fast gleich geblieben. Also 2017 bei der letzten oder vorletzten Präsidentschaftswahl war wieder Front National beziehungsweise Rassemblement Front National relativ weit vorne, teilweise sogar vor der En Marché. Aber dann kam eben der zweite Wahlgang und das berühmte breite Bündnis hat sich hinter Emmanuel Macron vereint und hat ihn dann eben zum Präsidenten gewählt. Wie habt ihr den Ausgang vorher erwartet? Unter anderem, weil ja auch jetzt unser hauptberuflicher Overton-Erweiterer dabei ist mit seiner rechteren Partei. Seid ihr davon ausgegangen, dass das alles nochmal so abläuft oder habt ihr schon gedacht, da kommt jetzt eine konservative rechte Wende? Also ich habe damit gerechnet, dass es wieder genauso abläuft, wie es bei Hofer auch war, beispielsweise in Österreich, wie es auch bei der letzten französischen Präsidentschaftswahl ist. Und es gibt auch dieses Meme, da sieht man irgendwie Marine Le Pen so mit diesem Face-Filter künstlich gealtert und Emmanuel Macron genauso irgendwie wie beide so um die 80 sein müssten und immer noch gegeneinander kandidieren. Also ich halte es für übertrieben, aber es ist halt irgendwie wirklich, also die Rechte in Frankreich ist sehr stark, auch strukturell sehr stark, sehr tief verwurzelt. Das ist eine sehr traditionelle Rechte im Gegensatz zu der Rechten, die wir jetzt hier haben, also die sich da quasi mit der neuen Rechten auch vermischt hat. Und das reicht aber scheinbar nicht, um tatsächlich dann am Ende doch 51 Prozent hinter sich zu bringen. Und das ist für Frankreich natürlich fatal, weil ich weiß nicht, wer jetzt das WM-Finale geguckt hat. Ja, da kann man im Grunde das ablesen, was sich auch auf den französischen Straßen abgespielt hat, als im Halbfinale Marokko gegen die Mannschaft, die sich Frankreich nennt, gespielt hat. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, also, aber natürlich, die ganzen schwarzen Franzosen waren alle für Frankreich, weil sie sich alle zu 110 Prozent mit ihrem Land identifizieren und auch wirklich Franzosen sind und Baskenmützen tragen und Croissants lieben. Und genau dieses weltoffene, liberale Frankreich, was wir alle lieben, dafür steht Emmanuel Macron und deswegen freuen wir uns alle über sein war sie. Ja, also ich kann mich auch klar anschließen. Ich war zu dem Zeitpunkt mit Hannes Plenge in Rom, oder? Waren wir da in Rom, Hannes? War das im April? Ja, kann sein. Ja, ich glaube, da waren wir noch in Rom. Nee, nee, das war, nee, wir waren in Rom, wir waren in Rom, als die Corona-Impfpflicht abgewehrt wurde. Macron gegen Le Pen war später. Egal. Also ich muss sagen, es wird halt immer so laufen. Es ist ein Präsidialsystem mit absolutem Mehrheitswahlrecht, so. Das heißt, es wird immer so laufen, dass der finanziell größere, stärkere Komplex und auch der organisatorisch größere, stärkere Komplex, der an die Medien gebunden ist, auch die Wahl gewinnen wird. Das heißt, es wird, es wird sich nicht groß ändern. Und ich denke, auch die ethnischen Verhältnisse, die in Frankreich ja komplett umgewühlt werden. In Frankreich ist ja, in Frankreich sind ja noch mehr nirgends als in Deutschland. Das ist ja das, was noch schlimmer ist als in Deutschland. Die durch die algerische und so weiter, durch die ganzen Kolonien, da wird sich nichts ändern in Frankreich. Also, und ich bezweifle sogar, dass Le Pen was hätte ändern können. Weil selbst Le Pen musste vor der Wahl, genauso wie Meloni übrigens, über die wir vielleicht in der nächsten Folge kurz sprechen, ja, musste vor der Wahl ja so einen absoluten Kuschelkurs fahren. Ist von sämtlichen radikalen Positionen gewichen. Im Gegensatz zu Erik Semour, der ja extrem Hardliner-Kurs gefahren ist und abgewatscht wurde. Äh, das, das, die, die hätte nicht das durchgesetzt, was sie vor, wofür sie vor, sag ich mal, sieben Jahren stand. Ähm, ja, also ich hab Semour die Daumen gedrückt, weil mir sein Wahlwerbespot unglaublich gut gefallen hat. Das war, ja, nach den Fan-Made-Wahlwerbespots von Donald Trump war das wirklich somit das Beste gewesen, was ich an Wahlwerbespot bisher gesehen hab und was, ähm, ja, wo sich gewisse andere politische Parteien in anderen Ländern mal irgendwie eine dicke Scheibe von abschneiden könnten. Was mir auch sehr imponiert hat, war, ähm, der Auftritt oder die Auftritte von Semour und die Formierung seiner Anhängerschaft. Da gab's ja auch gewisse Vorfälle auf seinen Wahlkampfveranstaltungen. Und auch das Szenen, die in Deutschland undenkbar wären, ähm, die aber auch nochmal zeigen, wie anders Frankreich ist. Das hat ja Kneller bereits gesagt. Ähm, fern davon ab hat mich dann die Wahl auch gar nicht mehr weiter interessiert. Ich hab das ab einem gewissen Punkt dann auch gar nicht mehr weiter mitverfolgt. Ähm, ja, ich hätt's Semour gegönnt. Ich hätt mich sehr für ihn gefreut, aber, ähm, es sollte halt nicht so werden. Die Franzosen haben gewählt und, ja, dann war's das. Ähm, also ich find eigentlich, da gibt's einige Punkte, die ziemlich interessant sind bei der Frankreich-Wahl. Also zum einen war's ja eh eigentlich relativ klar, dass, äh, Le Pen da keine Chance hat. Ich mein, das wusste man ja, wenn man sich da ein bisschen mit auskennt oder beschäftigt, ja, ich vorher auch schon. Aber trotzdem muss man ja auch sehen, dass quasi die französische AfD dort irgendwie 45 Prozent bekommt. Ne, und wir glauben hier, Sachsen wäre der Hort der Rechten so und mit diesem mageren 30 Prozent oder was die da bekommen. Aber in ganz Frankreich wählen halt überall im ganzen Land 45 Prozent die AfD oder in Amerika sind's ja auch fast 50 Prozent, die Trump wählen, so. Also diese Länder sind ja, was das angeht, viel, viel weiter, als wir jemals, äh, da sind. Und was man, und was man... Es sind deutlich über 50 Prozent in Amerika, die Trump wählen, wenn du die Toten und die Mexikaner rausrechnest. Ja, gut. Naja, und was man auch noch bedenken muss, äh, Le Pen hat's ja auch fast gar nicht geschafft in die zweite Runde, ne? Also Melanchthon hatte, glaube ich, einen Prozentpunkt weniger. Hätte der einen Prozent oder hätte der dann halt zwei Prozentpunkte mehr, wäre er in der zweiten Runde gewesen. Der ist ja quasi linksextrem. Also, das hätte ich ja, das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Und ja, wenn wir jetzt gerade noch über die Überfremdung gesprochen haben, also vielleicht Paris, die Vororte und so, na klar, Marseille auch, aber Frankreich hat Regionen und Kleinstädte, wo die Überfremdung deutlich geringer ist als in Deutschland. Also das müssten sich viele mal immer vor Augen führen. Also da, da gibt's halt Städte, die, auch Großstädte, wo viel, viel weniger Migration ist als in Deutschland. Naja, also, klar, da gibt's halt diese Hotspots, aber so als Deutscher braucht man da nicht zu glauben, dass es hier irgendwie weniger schlimm wäre. Ja, ist was dran. Ich würde mich auf die, auf der Skala der Bewertung auf die positivste Seite stellen. Ja, Macron hat wieder gewonnen. Allerdings, wenn man sich die Ergebnisse von Le Pen und dem Rassemblement National anschaut, ist da doch eine enorme Entwicklung am Werke, die man halt auch mal irgendwie hervorheben muss. 2012 hat Le Pen 18% eingefahren, kam nicht in die Stichwahl. Damals war noch Sarkozy für die konservativen Hollande, für die Sozialisten. 2017 ist Le Pen dann zweitstärkste Kraft geworden mit 21,3%. Hat im zweiten Wahlgang aber dann nur 34% geholt, was halt eigentlich klar war. Ähm, und jetzt, 2022, hat sie 41,5% geholt. Also, 8% noch mal drauf, knapp. Und das ist schon in meinen Augen eine enorme Entwicklung. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass da 2,27 tatsächlich der Laden kippt. Ähm, jetzt nicht nur wegen ... Ja, oder Melanchthon kommt in die zweite Runde. Ja, es ist halt eine knappe Sache. Also, wenn das so sein sollte, hat man sich halt schlichtweg verspekuliert, weil sich halt Seymour und Le Pen sozusagen die rechten Wähler gegenseitig weggenommen haben. Ähm, aber dieses Wegnehmen, das funktioniert halt im zweiten Wahlgang eben nicht, wo ja dann nur die Empfehlungen in der Stichwahl ausgesprochen werden. Und ich glaube tatsächlich, dass, äh, Seymour mit seiner, äh, Reconquette heißt die, also Rückeroberung, ähm, also dass die Rolle gar nicht, gar nicht, ähm, überbewertet ist, sondern ich glaube, die ist absolut entscheidend, weil durch diesen, diese Abdeckung des rechten Flügels kann Le Pen eben in die Mitte rutschen, kann halt einen, äh, konservativen Kuschelkurs fahren, kann sich die Mitte Wähler auf Seite ziehen. Ähm, ob sie das dann durchzieht, wenn sie an die Regierung ist, ist halt die Frage, weil der Präsident hat halt in Frankreich traditionell sehr, sehr große Befugnisse. Von daher bin ich relativ optimistisch, was 227 angeht. Ähm, aber ich bin auch immer optimistisch und häufig tritt's nicht ein, von daher sollte man vielleicht nicht so viel darauf geben. Ähm. Und ich will noch ganz kurz, ganz kurz anmerken, äh, die Impfpflicht gibt's ja noch, ne, soweit ich weiß. Also die gibt's ja in Krankenhäusern noch, weil, äh, weil ich glaube, Rosipa gerade gesagt hat, die Impfpflicht wurde abgeschafft, ja, für die Bevölkerung schon, aber wir sollten ja unsere, naja, armen Menschen im Krankenhäuser, die da gearbeitet haben, äh, auch nicht vergessen, ne? Aber ich glaub, sie ist aus, ausgesetzt oder so, ne? Ist sie das in Deutschland auch, oder ist das so? Oder wird nicht, wird nicht sanktioniert oder so? Aber bei Neueinstellungen gucken die da auch nicht? Ne, die brauchen so dringend Leute, das ist halt mal, da sieht man mal wieder so, ist eine interessante Marktsituation, das Pflegepersonal kann sich das halt rausnehmen. Die können halt sagen, ich bin ungeimpft, leck mich, ich geh halt woanders hin, wenn du mich damit nervst. Aber, äh, Gott sei Dank haben ja die, äh, liberalen Vorzeigepolitiker Wolfgang Kubicki und Frank Schäffler für die Impfpflicht gestimmt. Ähm, naja. Vielen Dank. FDP müssen wir eigentlich auch mal eine Sondersendung machen, wenn wir mal Zeit und Muße haben. Ähm, aber lasst uns mit Herrn Zittelmann zusammen. Am besten mit einem FDP-Gast, den man dann so richtig dissen kann. Ich glaub, da will keiner mit uns mitmachen. Aber ja, der Juni stand, wie auch die Monate davor, immer noch unter dem Zeichen der, äh, des Ukraine-Kriegs. Und, äh, so nach und nach kam aber halt die, äh, deutsche Regierung und, also die Ampelregierung dann auch die Bevölkerung in Fahrt, dass man halt mehr helfen müsste. Und, äh, dann wurde das Grundgesetz geändert über eine Sondervermögensregelung. Und zwar, äh, bekam die Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr, 100 Milliarden Euro über Nacht geschenkt. Ähm, ähm, soweit ich weiß, alles über Kreditschöpfung. Und mit diesen 100 Milliarden Euro sollte, äh, die Bundeswehr aufgerüstet werden und auch unsere, Zitat, Verbündeten aufgerüstet werden. Ähm, obwohl die Ukraine ja gar nicht eigentlich unsere Verbündeten sind. Aber wir helfen ja fleißig. Ähm, wie habt ihr generell so die Situation zur Bundeswehr wahrgenommen? Weil die Bundeswehr ja eigentlich schon lange ein Trümmerhaufen ist. Interessanterweise aber die Konservativen und Rechten ja immer sagen, man muss jetzt mehr, äh, für die Bundeswehr tun. Man muss denen mehr Geld zur Verfügung stellen. Man muss eine fähige Landesverteidigung haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Bundeswehr mehr Geld bekommen hat. Aber halt eben, um, äh, den Konflikt im Osten anzuheizen. Das ist halt so blanker Aktionismus, ne? Das ist so, äh, ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, Lauterbach, der, äh, zwei Jahre bevor Corona ausbrach, noch irgendwie die Hälfte aller Krankenhäuser schließen wollte. Ähm, so ist halt dieser Scheiß mit, ähm, ja, jetzt auf einmal fällt uns auf, unsere Bundeswehr, was wir jahrelang immer geleugnet haben, ähm, ist beschissen ausgerüstet und man redet irgendwie nur über schwangeren Uniformen und ob transsexuelle Offiziere werden dürfen und nicht darüber, ob man überhaupt funktionierendes Kriegsgerät hat. Und, ähm, jetzt fällt einem auf, oh, jetzt müssen wir der Ukraine helfen, oh, jetzt pumpen wir mal plötzlich irgendwie gefühlt den kompletten Bundeshaushalt in die Bundeswehr. So, es ist halt so typisch, wie gesagt, das ist auch wieder so typisch deutsch, auch einfach, da übersetzt sich einfach das in legislative Handlung, was quasi vorher immer so in dieser, dieser Gutmenschenhaltung schon angelegt ist. So, immer, immer das, das current thing, so, das muss immer in aller Absolutheit zu Ende gedacht werden, bis zum Endsieg. So, das, das, da gibt es keinen Mittelweg, kein, kein sanftes Aufbauen, sondern wenn da dann irgendwie jetzt, oh, Putin überfällt die Ukraine, ja, dann müssen wir jetzt 30 Fantastilliaden in die Bundeswehr stecken. So, und das ist halt das, was mich daran ankotzt. Im Ergebnis ist es natürlich richtig, Geld in die Bundeswehr zu stecken. Ob das so viel sein muss, ob das jetzt auf einmal so viel sein muss, lasse ich mal dahingestellt. Und vor allem lasse ich dahingestellt, ob jemand wie Friedrich Merz jetzt derjenige ist, der da noch irgendwelche Nachhilfestunden im Bundestag erteilen sollte, als Vorsitzender der Partei, die den Zustand der Bundeswehr, den sie heute hat, seit 2005 federführend zu verantworten hatte. Das wäre noch so das nächste, so, was man vielleicht, weiß nicht, tagespolitisch einfügen könnte, wo ich es wirklich extrem lächerlich fand, wenn ausgerechnet er sich dann da hinstellt und irgendwie sagt, oh, natürlich, die Bundeswehr, die müssen wir fördern und das macht die SPD viel zu wenig. Da weiß ich auch nicht, also da, das ist so eine Form von kognitiver Dissonanz, die ist sogar für einen CDUler irgendwie bemerkenswert, ehrlich gesagt. Ja, also die Frage ist, was verteidigt die Bundeswehr? Also nehmen wir mal an, die Bundeswehr ist gut aufgestellt. Was verteidigt, wenn Deutschland angegriffen wird, was verteidigt die Bundeswehr? Verteidigt die Bundeswehr wirklich die deutsche Bevölkerung oder verteidigt die Bundeswehr das, worüber wir zum Teil auch gesprochen haben, als wir über Anitta Kahane und die Zivilgesellschaft gesprochen haben? Verteidigt die Bundeswehr die korrupten Werte, die korrumpierten Werte eines einst freien Landes, ja? Und deswegen bin ich gegen eine Überfinanzierung der deutschen Bundeswehr, weil diese deutsche Bundeswehr nicht meine Werte verteidigt. Aber wenn das, wenn wir eine vernünftige Regierung hätten, wäre ich natürlich dafür, dass die Bundeswehr gut aufgestellt ist. Ich glaube, Geld ist das kleinste Problem, was die Bundeswehr hat. Ich glaube, das ist vor allem eine riesige Mentalitätsfrage. Also es wird, es gibt Armeen und das zeigt auch die Ukraine, die sind so viel schlechter finanziell ausgestattet und um so vieles Kampf stärker. Ja, da ist das mit den 100 Milliarden letztendlich blanke Aktionismus, wie Kneller auch gesagt hat. Und vor allem hat sich ja jetzt nach über einem halben Jahr herauskristallisiert, dass die 100 Milliarden ja auch nicht so eingesetzt worden sind, wie sie eingesetzt werden sollten. Also es ist einfach nur Bullshit wieder. Ich habe mich erst mal gefreut, weil ich hatte mir nach Kriegsbeginn Rheinmetall-Aktien gekauft. Ich explodiert nach dieser Rede. Ja, ich weiß nicht, das Kind in mir freut sich bei sowas halt auch. Ich weiß nicht, wenn wir halt in diesen Vergleichen so mehr... Moralischste... Mehr Panzer... Moralischste, Libertärer. Ich meine, wenn wir halt in diesen ganzen komischen Ländervergleichen mehr Panzer als andere haben und so, dann weiß ich nicht, dann freue ich mich halt drüber. Deswegen finde ich es erst mal gut, wenn... Ich meine, wer weiß, wenn Deutschland Geld ausgibt, gibt es da zu 95 Prozent eh für Scheiße aus. Und wenn es dann wenigstens in die Bundeswehr fließt, ist es immer noch besser als Annette-Kahane-Stiftung oder so. Also, ja, finde ich gut eigentlich. Ja, da bin ich auch relativ zwiegespalten. Die Frage stellt sich halt auch, Rosipal hat eben gesagt, ja, was wird verteidigt? Die Frage ist auch, von wem wird man angegriffen? Ob das jetzt so realistisch ist, dass die Russen bis nach Deutschland kommen, sei auch mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, die Frage nach dem Geld ist halt einfach sekundär gelagert, weil seit Jahren, seit Jahrzehnten ja eine Kette von Fehlentscheidungen bezüglich der Streitkräfte stattgefunden hat. Und da muss halt erst mal dann grundlegend eine andere Richtung vorgegeben werden, bis man halt Geld reinschmeißt. Genau, ich halte mich zu dem Thema aber kurz, denn mir ist gerade ein furchtbarer Fauxpas aufgefallen. Wir haben den Monat Mai übersprungen und den Mai mag bekanntlich jeder, weil der ist warm und schön und nett. Nicht so nett war das Wahlergebnis der AfD in Nordrhein-Westfalen, denn da haben Landtagswahlen stattgefunden. Und die BRD hat so ein bisschen auf die Entwicklung in NRW geschaut. Die Patrioten haben so ein bisschen auf die Entwicklung in NRW geschaut. Wie kann denn die AfD in diesem, ja, böse formuliert Shithole NRW, das hört man ja auch häufiger, abschneiden? Warum waren die Ergebnisse möglicherweise limitiert? Würde mich dann auch eure Meinung, Einschätzung interessieren. Und vor allem, wie sind denn dann die Ausblicke bezüglich den AfD-Ergebnissen in den anderen Bundesländern? Also ich kann, fange ja wieder an. Ich arbeite ja, wie ihr wisst, für eine bestimmte Oppositionspartei im Landtag von diesem fantastischen Nicht-Bundesland. Und es ist so, aus meiner Sicht, wenn ich mir angucke, dass wir 5,4 Prozent geholt haben und dann Niedersachsen, der Landesverband, der vor ähnlichen Problemen steht, nämlich westdeutsches Flächenland und sogar ungleich weniger Ballungsräume als jetzt in NRW noch, ungleich weniger soziale Konflikte. Die haben dann Anfang Oktober war es, glaube ich, 9. oder 10. war, glaube ich, die Wahl in Niedersachsen. Da haben die dann 11 Prozent, meine ich, geholt. Und da sind eben irgendwie Leute reingewählt worden, die haben, ich sag's mal vorsichtig, nicht unbedingt damit gerechnet, während jetzt in NRW das Ergebnis natürlich desolat war zu diesem Zeitpunkt. Und die Wahl kam ein paar Monate zu früh, das ist so. Die Leute hatten noch nicht diesen Effekt von dem Ukraine-Krieg. Da hat noch jeder darüber geredet, wer die größte Ukraine-Fahne im Vorgarten hängen hat und ob man, ob es jetzt schon verantwortlich ist, bei 2G vielleicht zwischendurch im Freien die Maske mal wieder abzunehmen. Und man hat eben nicht so sehr darüber geredet, wer eigentlich seine Stromrechnung im November oder Oktober oder Dezember noch bezahlen kann. Ja, und das dicke Ende kam dann erst ein bisschen später, als so dieser anfängliche Hype, wie das immer so bei allem ist, so was bei Corona ja auch, so ein bisschen verflogen war. Das ging da natürlich deutlich schneller. Und so kam dieses Ergebnis zustande. Und das ist für uns die Arbeit, das kann ich jetzt sagen, weil ich im Landtag selber arbeite, das erschwert die Arbeit ungemein. Also man hat weniger Sitze, man hat natürlich weniger Mittel zur Verfügung, man hat noch weniger Abgeordnete auf die Ausschüsse. Das ist ja, man muss sich das mal so vorstellen, also die Ausschüsse, die Anzahl der Ausschüsse und der Enquete-Kommission und der Untersuchungsausschüsse und so weiter, die ist ja immer gleich für jede Partei. Aber wenn du da mit 30 Prozent drin sitzt und du hast von 200 Abgeordneten eben dann diese 30 Prozent, dann kannst du das natürlich viel smarter bedienen, als musst dich eher dann darum streiten, wer was machen darf, als jetzt bei uns, wo, sag ich mal, du schon dann immer Probleme hast, wenn mal einer ausfällt, wenn mal jemand krank ist, weil du einfach sehr wenig Leute für sehr viel Arbeit hast und alle sehr stark am Rotieren sind. Das ist einfach so. Und das ist natürlich dadurch, dass wir jetzt bei der Wahl davor hatten wir 7,4 Prozent, da war es noch alles ein bisschen charmanter, haben sich dann relativ schnell drei Leute verabschiedet. Aber auf diesem Level ist es dann halt geblieben. Und jetzt haben wir 5,4 Prozent, das kann sich jeder ausrechnen, ist ein bisschen schwieriger. Das einzig Schöne an der ganzen Geschichte ist eben die FDP, die vor fünf Jahren, also mittlerweile vor fast sechs Jahren, damals bei der Landtagswahl 2017 noch um die 11 Prozent hatte. Die hatte selbst nur 5,6 Prozent mit dem überaus sympathischen Spitzenkandidaten Joachim Stamp, der vorher Innenminister war und jetzt Hinterbänkler im Landtag sein darf. Und das gönne ich ihm ungemein, genauso wie seiner Partei. Also das ist so das einzige kleine Trostpflaster für mich gewesen. Ja, also ich habe nicht so viel dazu zu sagen zur NRW-Wahl. Hat mich jetzt nicht besonders bewegt. Die AfD hat halt, zum Glück hast du deinen Job behalten, mein Lieber. Da freue ich mich natürlich für dich. Aber die AfD hat halt bekommen, was sie in dem Moment auch verdient hat. Ja, Boomer, Bullshit, Leute, die aus der Fraktion austreten, Leute, die nicht loyal sind, ganz einfach das bekommen, was sie verdient hat. Und jetzt sieht es ja besser in den Umfragen aus. Also wenn das jetzt so bleibt, wenn jetzt der nächste große Crash kommt, wenn das, weil das Seniorage-Kapital, das muss ja erstmal abfließen, richtig? Ja, aus den Bankguthaben, ja. Wenn das passiert, ja, dann gibt es den großen Knall. Und dann kann auch die AfD in Nordrhein-Westfalen wieder über 10 Prozent kommen. Da glaube ich fest dran. Aber mein Gott, abgestraft worden. Jetzt ist die AfD aufgrund Ukraine-Crash in Niedersachsen Niedersachsen mit irgendwelchen türkischen Tradern in den Landtag eingezogen. Mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Hast eine schöne Pension dann, wenn du Landtagsmitglied bist. Aber richtig so verdient. Und ich wünsche vielen AfD-Boomern, dass sie aus Landtagen rausfliegen. Ich verbinde mit der Wahl nur eine Erinnerung, nämlich unseren Wahl-O-Mat-Podcast von damals. Ansonsten, ja, hatte ich die Wahl überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und ich glaube, nicht zu Unrecht. Und ja, gebe damit weiter an den Hannes. Ja, was halt bei der Wahl, fand ich halt vor allem interessant war, ist ja, dass man wieder gesehen hat, wie entscheidend dieser Zeitpunkt einfach ist. Und dass es da eigentlich so wenig überzeugte AfDler anscheinend gibt. Weil wäre die NRW-Wahl halt jetzt gewesen oder vor ein paar Monaten, hätte die AfD mit Sicherheit zwischen 10 und 15 Prozent bekommen. Nein, der Zeitpunkt ist irgendwie alles entscheidend. Vielleicht würde man jetzt die Wahlen in Zukunft immer nur irgendwie nach Silvester legen. Das könnte ja in Zukunft dann ein guter Zeitpunkt sein, ne? Ja, gute Idee. Kann ich nur allen beipflichten. Ich denke aber auch, eine entscheidende Frage, die wir noch nicht so angesprochen haben, ist die Frage, wie die AfD sich bezüglich Mitteldeutschland und Westdeutschland positioniert. und ob man da, sag mal, die mehr oder weniger vorhandenen ideologischen Konflikte begraben kann, ob man auch die möglichen Streitigkeiten begraben kann und es halt irgendwie hinbekommt, halt eine Rechtspartei so aufzustellen, dass sie halt eben die Gesamt-BRD vertritt. Und das ist mit Sicherheit nicht leicht, weil einfach die Mentalitätsunterschiede im Westen und Osten einfach sehr, sehr weit auseinander sind. Wir haben den Monat Mai abgeschlossen, Juni hatten wir vorgezogen. Das heißt, das halbe Jahr 2022 ist Revue passiert. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und im nächsten Podcast geht es dann weiter mit dem zweiten Teil Jahresrückblick von Juli bis Dezember. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss, schönen Abend. Ciao. Tschüss. Tschüss.